Marmor ist ein Karbonatgestein, das aus den Mineralen Calcit, Dolomit oder Aragonit besteht. Für Re-Marmor existieren unterschiedliche Wortbedeutungen. Petrographisch ist es ein Metamorphisgestein, das durch Umwandlung von Kalkstein und anderen karbonatreichen Gesteinen entsteht. Und zwar im Erdinnern durch Hitze und Druck. Neben dem petrographischen Begriff lassen sich kulturelle und ökonomische Marmorbegriffe unterscheiden. Eine Reihe bedeutsamer Gebäude und Kunstwerke besteht aus Marmor. Marmore werden gegenwärtig vornehmlich für Fußboden- und Treppenbelege, Wandfliesen, Waschbecken und Fassadenplatten verwendet. Die Gewinnung von Marmor, die seit Jahrtausenden betrieben wird, ist heute noch ein mühseliger und aufwendiger Prozess. Begriffserläuterung Der Begriff Marmor wird mit unterschiedlichen Bedeutungsfestlegungen verwendet. Im petrographischen Sinn sind Marmore Metamorphheit, die mindestens 50 Vol.% Kalzit, Dolomit oder seltener Aragonit enthalten. Viele bestehen aus fast nur einem Karbonatmineral. Marmore haben unter hohem Druck und oder hoher Temperatur eine Metamorphose erfahren. Die Kristallkörner des Kalzits sind zumeist mit dem Auge erkennbar. Viele gehören zu den Paragesteinen, das heißt, sie sind aus Sedimentdieten hervorgegangen. Eine Ausnahme bilden Marmore, die eine zweite Metamorphose durchlaufen haben und schon vorher Marmore und damit Metamorphheit waren, und solche, die aus der Umwandlung von Karbonatiten entstehen. Als Karbonatit wird in der Geologie ein seltenes magmatisches Gestein bezeichnet, das mehr als 50% Karbonatminerale enthält. Vereinzelt kommen auch in Abfolgen karbonatischer Sedimentgesteine Metamorphöbereiche vor. Eine Klassifikation der gesamten Einheit als Marmor, Dolomit oder Kalkstein ist dadurch erschwert. Keine Marmore im petrographischen Sinne sind die Anglomarmore sowie Kunst- und Stuckmarmore, welche von Menschenhand hergestellt werden. Im deutschsprachigen Raum werden unzählige Kalksteine, Kalkbrexin, Dolomit, Travertine, Onyx-Marmore und zum Teil weitere Gesteine, die kein oder nur marginale Karbonate enthalten, zum Beispiel Serpentinite und Orphiclzeit als Marmore bezeichnet. Marmor als Kulturbegriff ist seit Jahrhunderten in der Literatur der Themenbereiche Architektur, Innenausstattung, Kunstgewerbe, Kunstgeschichte und anderen Bereichen in petrographisch falscher Anwendung verbreitet, ohne dass dies Folgen hat. Erklärbar ist das auch dadurch, dass sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein geowissenschaftliches Verständnis über Gesteinsmetamorphose entwickelte, wonach sich tatsächlicher Marmor vom Kalkstein durch geologische Umwandlungsprozesse unterscheidet. In Italien werden unter der Bezeichnung Marmi gelegentlich auch polierte Granite und Gneise verkauft, obwohl sie von ihrer Textur mit Karbonatgesteinen oft nur entfernt vergleichbar sind und eine völlig andere chemisch-mineralogische Zusammensetzung als die Marmore haben. Die Anwendung des Wortes Marmor als umfassender Kulturbegriff ist fast in allen Ländern verbreitet. In Frankreich wird etwas stärker differenziert, indem für Kalksteine aller Art deutlich akzentuiert die Worte Kaltier oder nur Pierre eingesetzt werden. Trotzdem wird in der französischen Alltagssprache auch keine exakte petrographische Unterscheidung getroffen. Einige Kalksteine bezeichnet man jedoch auch als Marbre. Ökonomischer Begriff, während die beliebige Verwendung des Marmorbegriffs im Kulturleben ohne Folgen bleibt, kann dies in der Ökonomie Konsequenzen haben. Im Geschäftsleben werden polierfähige Kalksteine wie zum Beispiel der sogenannte Jura-Marmor ein Kalkstein durchaus als Marmor angeboten. Dabei wird vom steinverarbeitenden Gewerberücksicht in Verkaufsgesprächen darauf genommen. Bei einem Verkaufsabschluss ist ein Steinmetzbetrieb entsprechend der derzeitig geltenden Rechtsprechung angehalten. Auf den Unterschied zwischen Kalksteinen und Marmoren ausdrücklich hinzuweisen. Entstehung Marmor entsteht durch Metamorpheumwandlung von Kalksteinen, Dolomiten und anderen karbonatreichen Gesteinen unter Einfluss von hohem Druck und hoher Temperatur infolge Horsidemenz auf Last und oder tektonischer Versenkung oder durch Aufhetzung im Kontakt mit Gesteinsschmelze. Sind Dolomite umgewandelt worden, spricht man von einem Dolomit-Marmor. Bei der Kontaktmetamorphose introdieren granitische oder andere Magmen in die obere Erdkruste. Falls sie die Erdoberfläche nicht erreichen, verbleiben sie in der Erdkruste. Kühlenden Magmen kann man über Jahrtausende ab und erstarren zu Granit- oder magmatischen Gesteinen ähnlicher Zusammensetzung. Während dieser Phase der Abkühlung können sich karbonatreiche Gesteine in der Umgebung des Granit-Plutons zu Marmor umwandeln. Bei einer Kontaktmetamorphose herrschen Drücke bis 10 Kilobar und Temperaturen über 400 Grad Celsius. Bei der Regionalmetamorphose werden große Mengen an Gestein unter Druck und Hitze ohne Magmenkontakt umgewandelt. Diese Prozesse laufen sehr langsam ab. Dabei können zum Beispiel Marmore mit Richtungsgefüge entstehen. Die bevorzugte Spaltrichtung liegt meist orthogonal zur Richtung der früheren Hauptspannung. Da sich Marmore ab einem bestimmten Druck- und Temperaturniveau duktil verformen, können sie Falten und Fließgefüge zeigen, die bei inhomogener Verteilung der Nebengemengebestandteile als Marmorierung sichtbar sind. Duktil bedeutet in der Geologie, dass sich Gesteine insbesondere der unteren kontinentalen Erdkruste unter tektonischem Stress nicht spröde, sondern plastisch deformieren. Mehrmale und Mineralbestand Ein Metamorphis-Gestein wird als Marmor bezeichnet, wenn es mindestens 50 Volumenprozent Calcit, Dolomit und oder Aragonit enthält. Wobei der hauptsächlich aus dem Mineral Dolomit-CAMG-CO3-2 bestehende Dolomit-Marmor eine seltene Variante ist. Noch seltener ist ein Marmor, der sich überwiegend aus dem Hochdruck Mineral Aragonit zusammensetzt. Marmor sind in der Regel Mittel bis Großkristallin. Die einzelnen Calcit-Kristalle variieren wenig in der Größe und sind oft mit bloßem Auge zu unterscheiden. Das Merkmal der Kristallinität gilt auch für Marmore, deren Ausgangsgesteine ein Sediment-Korngefüge besaßen. Wie die Mehrzahl der Metakalksteine und Metamärgelsteine. Aufgrund des Kristallinen-Gefüges ist der Purenraum des Marmors gering, was zu einer hohen Frostbeständigkeit vieler Marmorsorten führt. Sie ist jedoch nicht für alle Sorten zu verallgemeinern. Ein typisches Kennzeichen des Marmors ist das Fehlen von Fossilien. Marmore erkennt man optisch auch daran, dass einzelne Kaukspartkristalle in der Spaltfläche, je nach Richtung des Lichteinfalls, glitzern. Stoffliche Beimengungen in den Ursprungsgesteinen führen bei vielen Marmoren zu dem typischen Dekors zur sogenannten Marmorisierung. Marmor kommt in verschiedenen Farben vor, von schwarz gestreift über gelb-grün-rosa bis zu weißem Marmor. Rote bis rötliche Marmore werden durch Hematit, gelbe bis braune durch Limonid, leicht bläuliche und grau-blaue durch Graphit. Kohlige Substanzen oder Bitumen und grüne Marmore durch Chlorid oder Serpentin-Minerale eingefärbt. Mehrfarbige Marmore enthalten unterschiedliche Mineralbeimengungen und oder verschiedene Kristallausbildungen. Einheitlich schwarz gefärbte Marmore gibt es nicht. Der weiße Marmor, wie er unter anderem bei Carrara in den apuanischen Bergtälern in Italien und im Krastall in Österreich gefunden wird, wird stark nachgefragt. In Deutschland gibt es derzeit lediglich ein echtes Marmorvorkommen, das für Naturwerkstein wirtschaftlich genutzt wird. Den Wunsiedler Marmor im Fichtelgebirge. Im Erzgebirge bei Lengefeld und Hermsdorf-Erzgebirge wird Calzit und Dolomit-Marmor abgebaut, der hauptsächlich als Zuschlagstoff für die Industrie verwendet wird. Durch die hohe Kluft- und Störungsdichte können keine ausreichend großen Blöcke gewonnen werden, die sich für die wirtschaftliche Nutzung in der Natursteinfertigung eignen. Eine gewisse Bedeutung als Bildhauermaterial hatte der Kottendorfer Marmor erlangt. Typische Dolomit-Marmor sind die des Rauriseetals in Österreich und der Tassos-Marmor von der gleichnamigen griechischen Insel. Eine Besonderheit ist der sogenannte Zipolino, ein Marmor, dessen Dekor wie eine Zwiebel geschichtet ist. Die weißen Marmor sind lichtdurchlässig. Durch eine Marmorsorte aus Paros schimmert es bis zu einer Steindicke von etwa und durch die aus Carrara bis etwa hindurch. Die sogenannte Transluzenz ist abhängig von der Kristallstruktur und der Porenradienverteilung. Je dichter ein Marmor ist, desto transluzenter. Ein typisches Beispiel ist der aus der Türkei bei Afyon abgebaute Marmor. Gewinnung und Verarbeitung von Marmor. Früher wurde Marmor unter Ausnutzung von Klüften mittels Hebestangen und unter Verwendung von Holzkeilen und Wasser gewonnen. Erst später kam es zum Einsatz von Keilen aus Eisen. Marmor wird seit langem in Europa gewonnen. Auf der griechischen Insel Paros wird etwa seit dem 7. Jahrhundert V. C.H.R. und in Carrara seit dem 2. Jahrhundert V. C.H.R. Marmor abgebaut. Bis in die Renaissance änderte sich an der Gewinnungstechnik für Marmore wenig. Von der Renaissance bis in die 1960er Jahre wurde teilweise mit Sprengladungen gearbeitet, die in Bohrlöcher eingebracht wurden. Beim Einsatz von explosiven Sprengmitteln kam es zu hohem Anfall von Gesteinsschutt und das Gestein wurde durch die Sprengwirkung zum Teil erheblich geschädigt. Technische Neuerungen im großen Stil in der Marmorverarbeitung kamen aus Carrara in Italien. Um 1815 erfand ein italienischer Arbeiter Giuseppe Perugy die Steinsäge mit mehreren Sägeblättern, die erste Gattersäge für Naturstein, die von schnell laufenden Wasserrädern angetrieben wurde. Weiter verbessert haben diese Technologie der Schweizer Carlo Müller bis 1831 der Franzose Nerea 8 Eisengestelle eingeführt hatte, die es ermöglichten, mehrere großformatige 1 cm dünne Marmorplatten herzustellen. Im Jahr 1870 gab es schon 40 Sägereien dieser Art in Carrara, 15 in Massa, 26 in Seraweccia. 1895 wurde in Italien in Carrara erstmals Spiraldraht, der von Dieselmotoren angetrieben wurde, zum Heraussägen der Steinblöcke verwendet. Zur Kühlung des Drahtes wurde nicht nur Wasser genutzt, sondern die Stahlseile waren hunderte von Metern lang und wurden über Umlenkrollen durch die Steinbrüche geführt, damit sie in der Schnittfuge abgekühlt waren. Später wurden die Dieselmotoren durch Elektromotoren ersetzt. Heute wird Marmor nicht mehr mit den sogenannten Langseilsägen mit metallenen Spiraldrähten mit mehreren hundert Metern Länge, sondern mit Kurzseilsägen mit mehreren zehn Meter lang sogenannten Diamantseilen oder mit Schrämen herausgesägt. Seilsägen führen je nach Bedarf entsprechend lange dicht mit Hartmetallperlen besetzte Stallseile durch die Marmorschichten im Steinbruch oder durch die Rohblöcke in den Betrieben. In den Hartmetallperlen befinden sich Industriediamanten. Ein ständiger Wasserstrom kühlt die Sägeseile. Schrämen, vor allem in Italien, schneiden mit Sägeschwertern bis zu einer Länge von vier bis fünf Meter, die eine Arbeitsstiefe etwa 2 minus 2,50 Meter erreichen. Lösefugen in die Marmornengesteinsschichten Es handelt sich bei den Schrämen um fahrbare überdimensionierte Kettensägen, die ohne Wasserkühlung arbeiten. Des Weiteren werden Rohblöcke unter Einsatz von Druckluftbohrhämmern und Steinspaltwerkzeugen weiter nach Bedarf formatiert. In die Lösefugen, die die Seilsägen und Schrämen herstellen, werden sogenannte Lösekissen aus Stahlblech eingelegt, die entweder mit Wasser oder mit Luftdruck befüllt werden. In diesem Arbeitsvorgang werden die Blöcke zum weiteren Transport aus der Steinwand geschoben. Im Steinbruch werden die gelösten Blöcke mit gewaltigen Radladern bewegt und anschließend auf Lastkraftwagen zum Weitertransport verladen, sofern sie nicht unmittelbar im Steinbruch weiterverarbeitet werden. Die Marmoroblöcke werden mit Gattersägen, die zwischen 80 und 120 Sägeblätter haben, in Tranchen oder Platten gesägt. Anschließend werden die Sichtseiten geschliffen und poliert. Die erforderlichen Steinformate der Werkstücke werden mit Steinsägen hergestellt. Verwendung und Haltbarkeit Bauwerke und Plastiken der griechischen Antike wie die Akropolis und der Pergamon-Altar. Die Nike von Samothrake und die Venus von Milo bestehen aus griechischem Marmor. Im Römischen Reich waren Ehrenstatuen aus Marmorgöttern sowie dem Kaiser und seinen Familienangehörigen vorbehalten. Bürgerliche Personen wurden dagegen gemeinhin mit Statuen aus Brosse geehrt. Marmorstatuen von ihnen wurden nur im privaten Raum oder an Gräbern aufgestellt. Viele Kunstwerke der italienischen Renaissance, etwa Michelangelos Pieté, David und Moses, bestehen aus italienischem Carrara Marmor. Wegen der großen kunsthistorischen Bedeutung sowie der sehr speziellen, nicht mit Sandsteinen und anderen Sedimenten vergleichbaren Materialeigenschaften ist die Konservierung von Marmor ein eigenes Forschungsfeld. Marmor sind heute im Innenausbau begehrt. Sie finden Verwendung als Boden- und Treppenbelege sowie als Fliesen. Sie sind begehrte Bildhauermaterialien, vor allem der Carrara Marmor. Aufgrund ihrer Säureempfindlichkeit sind unbehandelte Marmore nicht zur Verwendung in Küchen bzw. als Küchenarbeitsplatten zu empfehlen. Es kann zur Fleckenbildung kommen. Allerdings sind die Fleckschutzbehandlungen aufgrund ihrer Zusammensetzung auch nicht unumstritten. Dolomit Marmor zeigt eine wesentlich höhere Resistenz gegenüber Amidosulfonsäure oder Fruchtsäuren als der Calcit Marmor. Seit Mitte der 1960er Jahre werden Fassadenplatten aus Naturstein mit einer Dicke von 30 bis 40 mm und einer Luftschicht von mindestens 2 cm vor der dahinterliegenden Wärmedämmung verankert. An einer Reihe befestigter Marmorplatten an Fassaden sind erhebliche Verbiegungen festgestellt worden. Die zu statischen Problemen an bekannten Marmor verkleideten Gebäuden wie beispielsweise der Finlandia Hall in Helsinki, dem Grande Arche de la Defense in Paris und dem AON Center in Chicago führten. Die Verbiegungen resultieren vor allem aus der Feuchtigkeit der Platten an der Vorder- und Rückseite sowie im Tag-Nacht-Wechsel- und Verwitterungsprozessen an den Oberflächen mit Auswirkungen an den Befestigungspunkten. Die Schüsselung des Marmors hat zu einem kostspieligen Austausch ganzer Fassaden und zu einem Imageproblem geführt, das sich in stark gesunkenen Produktionsraten der Marmorindustrie niederschlug. Es gibt durchaus Unterschiede bei den jeweiligen Marmorsorten, die in Fachplanungen zu berücksichtigen sind. Marmoraußenfassaden, die extrem bewittert werden, erscheinen nördlich der Alpen wenig zweckmäßig. Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum werden in Mittelmeerländern und in Frankreich Marmore und Kalksteine ganz selbstverständlich für Küchenarbeitsplatten, Waschbecken und andere Gebrauchsgegenstände im Wohnbereich, aber auch im Außenbereich verwendet. Die Akzeptanz von Abnutzungserscheinungen an jedem Material ist eine Frage der Haltung von Personen zu allgegenwärtigen Gebrauchsspuren. Beim Einbau von polierten Marmorfußböden können sich je nach Nutzung relativ schnell matte Laufzonen abzeichnen. Dieses Phänomen gilt für alle polierten Fußböden aus Gesteinen, die aus Karbonatmineralen bestehen. Im Einzelfall kann sich dies bei Graniten ebenfalls einstellen. Die oft als störend empfundene Saugfähigkeit der Marmore und Kalksteine ist eine Frage der Materialauswahl. Sie ist stets von der Porosität des jeweiligen Natursteins abhängig. Es gibt Marmore und Kalksteine, die eine Porosität unter einem Prozent besitzen. Empfindlich sind alle Marmore gegen sauren Regen und Säuren. Einzelne Granite und Gneisel weisen auch eine spezifische Säureempfindlichkeit auf. Gerundete Marmorsteine werden zur Herstellung von Steinteppichen verwendet. Weitere Verwendung findet Marmor in feinster Pulverform als Scheuermittel in Zahnpasta und als Füllstoff bzw. Streichfarbe von hochwertigen Papieren oder in Grundierungen der Tafelmalerei, auch als Weißpigment oder Weißmineral in Putzen und Wandfarben. Die Belieferung dieser Industriezeige wird durch eigens hierfür ausgewählte Steinbrüche erfüllt. Marmorsorten Marmore können in vielen Farben und Texturen auftreten. Die unten stehenden Abbildungen zeigen eine Auswahl von Marmorsorten, Farben und Texturen von Marmoren. Punkt, 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 Punkt. Kulturgeschichtlich bedeutende Marmore Karara Marmor, Lasa Marmor, Paris-Cheer Marmor, Pentelischer Marmor, Prokonesischer Marmor, Tassos Marmor, Ausgewählte größere Marmorabbau-Regionen, Europa-Frankreich, Region PASD-Kalle, Griechenland, Drama, Tazo, Penteli, Italien, Massakarara, Las, Portugal, Estremutz-Borba-Via-Vecosa, Asien-Türkei, Regionen Ismir, Mugla, Afyon, Sivas und Amasya, Nordamerika-USA, Bundesstaaten Georgia und Vermont, Kanada, Provinz Quaybe, Siehe auch, Liste der Marmore, Weißes Gold, Naturstein, Marmor-Vorkommen auf Tassos, ASMOS-J, Studiengesellschaft für die in der Antike verwendeten Marmore und Gesteine. Untertitelung des ZDF,